hallo leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute spielen wir critical ops mit dabei könnt ihr wahrscheinlich auch schon ist alex jetzt geht es los oder ich hoffe mal wenn der jetzt schon wieder da bei ihm ist alles verbaut ist jetzt nicht der ernst ja lass liegen lassen wir lieben noch machen das gibt es nicht er kann ich kriege ein herzliches was was spielen wir ich wollte sagen bockenszenario kommen kommen fein eliminierung warum okay ist auch ein schöner aufpuff auf zu puffen jetzt kommt erst mal werbung für nein ich kann ich brauche nicht unser teampartner schlechtester teampartner der welt ich bin mit schotter mit der schlechtesten schotter an der welt snipen die sie die schon bei uns hallo ich bin sind tot ihr seht ja schon wie gut wir sind wir gucken mal kurz was die für ein haben wir wollen jetzt nicht reden was gar keine ahnung hat ihn noch nicht mal gesehen ich bin blind ich bin ein fisch In der Hunde. In der Hunde. In der Hunde. In der Hunde. Alex, mal schocken. Ja, erstmal schocken. Schneller, Alex. Ab einem. Ab einem. Bitte hol den schneller. Soll ich da oben rein? Los jetzt! Los, geh! Geh! Geh, Pro! Oh, durchs Fenster durchgeschlossen. Flieg wie ein Sieb. Man kann durch das Fenster schießen. Nee, 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 der war hier. Wirklich, haben ihn hier getötet? Ja. Und dann ist er hier runtergefallen. Ah! Wird euch das der einzigste? Ja. Oh. Links. Hä? Und der ist hochgelaufen. Der springt jetzt runter. Und kommt fliegen. Ah! Und auch nicht. Einer von unserem Team hat verlassen. Und ich spiel mit einem Bogen. Und ich spiel mit einem Bogen. Er bleibt da einfach. Ah! Oh Gott! Ey, ich hab einen Kill gemacht. Du nicht. Hä? Ich hab doch schon mehr Kiss als du, Mann! Und ich hab einen Kill gemacht. Oh Gott! 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 Nein! habe ich mir gekauft er hat alle geholt die ist gut besser als der ich komme hier stirbt ja Oh, das ist ein Gefängnis! Oh! Double kill! Nice! Du hast auch angemachte! Juhu! Ich hab einen Toss fertig Töder mit einer AK-47 Tongewehr! Mhm! Die Fähne Spiegel! Ach! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Ich wollte den Kugeln! Bei mir wurde... Heiße! Alex, versuch mich! Hinter dir, Klopapier... Du hast keine Muni mehr! Ich weiß! Der hat sich automatisch nachgeladen! Das liebe ich bei Call of Duty! Weil der immer automatisch... Junge, hier oben ist ein Nachlade! I know! Wow! Warum hast du so viel Zeit zum Einkaufen? Ah ja! Alex... Halt gut aus! Alles klar! Gib mir halt den rechten Headshot! Das ist der aus deiner Hosentasche! Ach so! Guck mal! Guck mal! Meine AK-47! Man muss da! Geil! Gratuliert mir alle! Ich hab heute... Mein Lieber Bus! Ich kann nicht! Deswegen ist er da! Nein! Ich wohne bei ihm! Nein! Ich wohne bei ihm! Nein! Ich wohne bei ihm! Ich wohne bei ihm! Ich wohne bei ihm! Traurige Fakten! Ich kann einfach noch 3 haben! Wenn alle gebrochen werden, dann ist er jetzt schon tot! Tot! Knochen getrunken! Ich geh doch gar nicht! Wieso hast du totgeschrieben? Nein! Habe ich doch gar nicht! Aha! Ist klar! Und Def? Was heißt Def? Ja! Fett noch! Oh! Scheiße! Ich geh jetzt von der Piste gekillt! Oh! Von hinten! Von hinten! Von hinten! Von hinten! Ich sag dir Schottkern ist gut! Ich geh mit wieder meine Schottkern wieder! Und wenn du vorher gekillt wirst? Wer hat er dann wieder... Hör auf zu schmatzen, Mann! Hör auf zu schmatzen! Guck! Mann! Das ist wie eklig! Na dann! Geklaut, Mann! Was? Nein! Ich hab gar nicht gemerkt! Oh! Weil man daneben geschossen! Und der hat auch eine Punch! Krabi ansteigen! Ja! Koalition wartet! Schnippen! Schnippen! Guck, ich schnippe den Ball weg. Kennst du diese TikToks? Wenn man Fußball zu ernst nimmt? Nein. Wie gut kennst du mich eigentlich? Wenn du mich gut kennen würdest, dann müsstest du wissen. Dass du Fortnite hast. Und mein Fußball. Ja. Fortnite-Fußball. Ich bin ein Fußball-Träger. Ich war da die zweite. Für Alexander. Nämlich der ist zu faul. Der fährt immer 20. Da wird die Quatsch. Naja, immer ein Nichts. Lieber 50 Platz. Ich komme zu mir. Oh, oh. Ach, schon, schluss. Oh! PAM! Sind da Trau? Oh, da wird gehen. Oben ist noch einer. Lass mich mal kurz nachhören. Oh! Ich habe mir einfach die Treppe runtergerutscht. Hey, ja, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am oder ma'am? Ma'am ist Frau. Und ma'am ist ma'am. Ma'am. Du bist eine Missed. Missed. Okay, das war auch nicht weit. Der ist praktisch gestorben. Der hat mir blauen. Der wollte die schnippen. Oh! Der hat mir schon wieder blauen. Oh, ha'am. Oh, ha'am. Das war, Leute, mit einer Pistel. Wie geht's los? Wie ist die Pistel? Er hat doch einen Sniper oder so. Kann ich das machen? Nur so. Die letzte Runde für die, ne? Wenn der das jetzt nicht holt, dann haben wir verloren. Oh, yes, sir. I believe I can fly. Wir können noch eine Runde, oder? Eine Marsch? Ja, okay. Wenn du willst. Ich weiß nicht, ich muss. Ich weiß nicht, du. Und so ist es. Und du willst. Pelsen? Halt, der Schlappen. Lass du mal gegeneinander. Gegeneinander? Mhm. Äh, machst du oder soll ich? Ich. Gut. Hab ihn geliebt, du konntest mich nicht kicken. Scheiße. Was reimt sich auf Kicken? Halt, ich hab ihn geliebt. Äh. Holy kid. Deathmatch. Du brauchst aber auch ein Passwort, ne? Er erstellt das jetzt alles. Hm, was machen wir für Passwort? Ist er? Mhm. Mhm. So? Ja. Ist eigentlich egal. Ja. Ja. Eigentlich alles. Warte. Wir machen ja mit einem Spieler nur, ne? Ja, scheiß drauf, lass so. Nein, mit einem Spieler. Okay. Ja, dann mach weiter. Punkte limit. Zwei? Junge. Ist egal. So, Mama. Ja. Start. Ja, bla bla. Welche Map? Welche Map? Hm, ich bin gerade im Überlegen. Egal. Ey, lass nicht beru. Lass doch mal die. Die ist neu. Ach, Digga. Nein, das ist... Ja, okay. Dann hoste. Okay, warte kurz mal. Oh Gott. Aufnahme nach oben kurz schieben. Schuben schieben. Ich weiß gar nicht mehr. Hier oben musste ich das. Sag den Raumcode mal. Sag doch mal den Raumcode. S. Oh, scheiße. C. Y. E. 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 Shit. Warte, warte. Jetzt kann man sehen. Was willst du für ein Team? Preach oder Collation? Ja. S. C. Y. E. 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 Aber kurz. Nee, warte. Alles gut. S. C. Y. E. E. D. Ach, E. Oh. Ach. Wenn er schon wieder nicht lesen kann, man. Passwort. Weiß es noch? Können die wahrscheinlich mitlesen. Aber wir sind doch nicht im Livestream. Ist doch scheißegal, als ich jetzt bin. Ja. Gut. Ah, Gummibären, Gummibären, da sind wir jetzt jetzt dabei. Ich kann überlegen. Theoretisch könnte ich jetzt auch in dein Team, ne? Aber ich gehe in die Bridge. In die Bridge? Die Bridge. Die Beach? Ich gehe in die Bridge. Ja. Ja. Da reden wir sich nicht jetzt damit. Ja. Und du bist es... Ich will das machen. Ja, mach das. Ich gehe jetzt nämlich erst mal kennen. ich bleibe hier drin ich gehe aber ein bisschen Ja, ich schaue mal ins Bein Konto. Das ist so lustig. Ja, ich schaue dich. Was ist mit Panik? Ah! Ah! Mit ner Panker! Hahaha! Geht doch, oder? Wie ist denn? Wässer kommt? Wässer durch jetzt? Komm, nur einmal. Ich dachte, dass ich waschen in der Hand hatte. Der Schreck. Hieß da? Hast mich gesehen, oder? Hieß da? Alex! Ohne Waffe, Mann! Ohne Waffe! Hab ich dir noch nen Hit gegeben? Nein! Ah! Scheiße! Aber Hitbox! Was denn? Was für ne Hitbox? Ah! 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 Okay, jetzt besser. Ich wusste es! Hey Gott! Ah, komm her! Dankeschön für deine Acker! Bitte! Geiles Design, ey! Danke! Stufe 2! Mhm! Aber es gibt bis Stufe 7, bis Stufe 5. Das ist ganz... Ich kann nicht die weggen. Aha! Aber du bist nicht mehr bei meiner Reifen. Ich hab eisere Reifen. Who are you? And you win! Ah! Ah! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich hatte den Pumpgun, aber ich hatte... Ich hätte ja ne Acker auf. Du hast ihn noch nicht mal getroffen! Nee! Nee, hast du ihn nicht! Ich bin in deinem Gesicht! Ich bin in deinem Gesicht! Ah! Ey, was ist das? Was? Du oder ich? Ich guck mal auf die Anzahl der Kälte. Weil ich mich da schlafen gelegt habe. Aua! Oh! Bitte jetzt, grad mal nicht töten! Wenn du mich siehst! Oh Mann, vielleicht auch... Ah! Komm doch! Oh! 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 sowieso ich bin Ich höre da doch einen Ton gerade. Ich bin kurz aufgehoben und der ist jetzt immer noch an seinem Handy. Ich kann nicht spielen. Ich bin kurz aufgehoben. Ich bin kurz aufgehoben. Ich bin kurz aufgehoben. Also ich will ja nichts sagen, ja? Ja. Schau mal auf die Uhrzeit. Wer hat mehr Kills? Ich bin kurz aufgehoben. Ich bin kurz aufgehoben. Ich bin kurz aufgehoben. Oder habe ich mich... habe ich mich...